yo leute was geht und willkommen zu einem neuen video hier von uns und zwar heute ist ein ganz besonderes video und zwar stelle ich einen eine person aus meiner familie vor und zwar den schabon ihr werdet ihn jetzt kennenlernen und ja wir reden nicht so lange wir gehen mal rein ich hoffe dass zu hause und wir klopfen jetzt mal bitte mach auf macht doch auf land licht geht schon mal an licht geht schon mal an Ich mache Videos auf YouTube. Ich fahre Videos, man. Das ist so eine Internetseite, da kannst du Videos machen. Danke. Hade, komm mein Nefe. Willst du Chai? Nein, danke. Wo ist dein Vater? Warum bist du alleine? Ich bin alleine gekommen. Komm rein, mein Bruder. Hade, komm, komm, sitz dir, mein Bruder. Komm, sitz dir einmal her, bitte. Danke, danke. Willst du Chai? Nein, nein, ich habe gerade getrunken. Warte, ich sage meiner Frau, ich habe recht. Nein, nein. Stare kaputt. Nein, nein, danke. Wirklich? Wirklich, ja. Ah, nein, okay. Ah, was willst du, mein Nefe? Was brauchst du? Ich bin nur gekommen um dich zu besuchen. Wie es dir geht und so. Oh, mir geht es gut, aber mein Kreuz geht nichts gut. Ja, dann geht es schon mal. Ich weiß nichts warum, mein Freund. Was hat dich hergeführt, mein Nefe? Was ist los, mein Freund? Ja, mein Onkel, ich wollte dir sagen, dass du mal den Leuten erzählst, von wo du kommst, wie alt du bist, was für Augen du hast. Von wo ich komme, brauche ich nicht zu viel erzählen, ich mache einmal ein bisschen laut. Mach ein bisschen leiser. Hallo. 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 Ah, Peter, was, Peter? Ah, mach doch leiser. Ja, mein Freund. Erzähl jetzt was von dir. Ja, ich komme aus Kosovo. Ja. Von Kosovo, mein Freund, mein Lieblingsessen ist Flin. Meinen auch. Ja, Flin. Und äh, Mr. Schaboni. Ich habe jetzt 58 Jahre. Ja, ähm, 58 Jahre, meine lieben Leute. Und äh, ich bin geboren, äh, Baujahre 1960. 1960, ich bin geboren und 1984, ich bin gekommen in dieses Land zum Arbeiten für meine Familie in Kosovo. Ein bisschen arme Leute. Nichts. Kannst du aber alles auf Baustell arbeiten? Äh. Mit Bohrmaschinen und so. Bohrmaschinen? Ja. Wenn ich dir zeige meine Bohrmaschinen, von heute, von heute, Hightech bis alte Bohrmaschinen von meinem Ur-Ur-Ur-Opa, Großvater. Gut. Ich kann dir alles zeigen, mein Freund. Ich sag's mir mal. Ich habe alles. Okay. Und alles aufgehängt im Rahmen. Mit Panzerglas und so? Normal. Gut. Normal. Gut. Und ja, ich, wie schon gesagt, ich arbeite auf Baustell. Ähm, aber kann alles machen. Äh. 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 Pfanne. Ja, kein Problem. Äh. Onkel Shaban. Nein. Was sind deine Hobbys? Hobby? Äh. Äh. Ich weiß nicht, ja. Meine Hobbys, ich habe nicht viele Hobbys. Nur auf Baustell. Meine Hobbys sind nur arbeiten, arbeiten, arbeiten und nochmal arbeiten. Weil nur arbeiten ist eine richtige Albaner für mich. Frau zuhause, kochen Chai, klick, 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 klick. Machen Essen, fliep, piete. Und. Äh. Äh. Und ja, ganz mein Leben so. Ganz mein Leben so. So. Ihr, früher rufen jetzt gerade meine Bruder, Arsha, Agimia. Ja, Agimia. Arsha, Agimi, Chafolia. Ja. Ah, nein. Dann hörte ich lieber nichts. Ähm. Hachem. Gute Hähem, lau bien. Äh. Äh. Die Chaya, du Pestinär. Äh. 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 Äh, Onkel Shaban, darf ich dich was fragen? Ja. Darf ich mit dir mehr Videos drehen? Also auch andere Tage so. So auf Youtube stellen? Ja klar mein Freund. Danke. Warum nicht? Warum nicht? Ich mach schon. Aber wenn ich zuhause bin, kannst du immer kommen. Du bist immer herzlich willkommen mein Freund. Und. Äh. Vielleicht äh. Deine Leute. Oder. Community, oder? Community. Community. Egal. Nesse. Äh. Äh. Frau,この Sieg ist, so wie Herr Schabonen. Ja, ja. Weil äh. von mir get no vielen jänen. Meine Freunde. Von mir kastu, dortrarial. Äh. 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 Freunde. Gute Nacht oder guten Tag, keine Ahnung, ich mache noch ein Spiel.